so herzlich willkommen beim let's play battlefield super 3 ja ihr seht ihr ein schwarzes bild das ist alles nur vorbereitung genau wir spielen rasch aus spaß und auf metro dabei ist hier auch z 0 ck 3d man kennt ihn aus diversen anderen spielen genau jetzt muss ich sagen zu unserer verteidung wir haben jetzt also ich bestimmt ein halbes jahren die benötigten spielen ich habe keine ahnung ich genauso ja also ein interessantes spiel zocker schon machen genau jetzt ist dieses dumme kind von julio x wurde automatisch rüber gesetzt hh idiot warum das ja weil er mit seinem z 90 grad 3d team mit spielen möchte man hat da pech dann muss er jetzt noch mal durch ja ich muss ja auch gegen die spiel das sollte man schaffen also ich werde jetzt die sondern so sondern dass man halt auch mal spielt das problem ich glaube hier ist greift die base einsatzziele ach so dass diese beschissene map ohne irgendwas glaube ich ich bin alleine also schließt ich auf mich ok ich hasse dass du riesen maps da oder zwiespieler sagen wir mal wo du bist ich renne mal zu a ohja wo ist aber da wo die und jemand schießt schon auf mich ah ich sehe ihn wenn habe ich jetzt getroffen so ein bisschen mich fünf prozent ach schade das ist ja lustig selbst müsste eigentlich sein denn komisches ding wieder mit spielen ich nee da ist immer noch nicht drin ich bin das für ein idioti jetzt rennt er los ja da konnte bestimmt nie weil weißt du ah ja jetzt würde man sagen wo er lang rennt wie kann man hier schreiben aber ich weiß ja nicht mehr du weißt der ist immer und doob der trifft alles auf mich aber wie der mich sieht wie sie auch nicht so genau ja ja der hatte mich ich sehe auch keinen macht er hin oder sowas ja das ist nicht so easy also sehr sehr schön als einsteiger spiel hier ja wenn man hier so riesig und aber da zappen wir schon jetzt würde ich auch schreien dass ich jetzt z0303d drin habe ich wäre jetzt ein extrem schlechter spieler aus weißt es dass warte frau ich ha ne ra ich Dann wird dieser Gehirnbremse ohne Arsch aus dem Brunnen Boah, ich bin total unbeweglich, ich kenne den Wiesbogen, was ich hier machen muss Boah, Schiefe, da ist er da drin Kein Schirmer, das war laugende Büschen und so Wahrscheinlich kannst du hier irgendeinen Scheiß ausstellen oder so Genau, man kann die Bäume und die Umgebung ausschalten 100% Da war halt irgendeine blöde Waffe hier, wo ich hier ein bisschen weiter gucken kann Ging doch auch irgendwie Ich weiß bloß nicht, ob das hier so simbol ist Na, so ein bisschen Boah, jetzt geh ich hier hoch Tja Frag mich mal, keine Ahnung Na, wir sind noch am Laufen Ich denke mal so direkt drauf zukommen wir bestimmt nicht Das ist gut, weil dann wohl es in meine Richtung geht Und dann Tschüss Scheiße, hätte ich Messern sein Birte nicht spürt, als am Meer Wieschen Da sitzt man natürlich in deinem Baum oh, Ed nimmt dich in Beschuss, ist das geil oh, bei uns ist noch ein Typ drin, dumm, dumm, chic super endlich kann ich ja mal Ruhe Kameramann spielen nein nein das geht hier nicht ab, alter krass, ne, der wischt ooooh, ja klar wie viel Prozent hat denn der noch ach so, das war's Kondition, das war der verdammt das war's wieder ich glaube, der spricht kein Deutsch hooooh er 없습니다 er Skip skrass, Bill dafür hab ich die 대�kektion zerstört wo ich äh, bei der anderen, bei Metro, ne, wo ich dann hochgelaufen bin, in Typ statt da, wenn du irgendwas gucken wolltest, dann habe ich dich von dem gewissen Gewitter ja, ja, das glaubt schon, fand ich lustig, hab keine Sau was gemacht, Fall back, we need to fall back, Blyard, keine Beschreckung, wo sie rumgehen, äh, du musst dich treffen, warten, na, jetzt seid ihr drei, jetzt ist er rüber, boah, der ist so dumm, ey, jetzt dauert es bei mir eine Weile, bis der da kommt, sag einfach, dass der dumm ist, ist wirklich so, also das finde ich jetzt bescheuert, aber ich bin ja so schon schlecht, aber der hat ja wenigstens ein bisschen Ahnung, ich meine, wir sind ja Verteidiger, ne, da muss man sich nie auf die Verteidigerseite, wenn die anderen Asien in der Unterzahl sind, so entschlossen, ein Typ steht hier auch doof rum und guckt nur, naja, super, super, wenn ich tot bin, komm ich dann rüber, wo muss ich denn überhaupt lang, so entweder, die übliche Metro halt, ach so, wo die mir oben lang, ich wundere mich, warum kann ich denn hier lang klatschen, wir können ja dann mal, auf jeden Fall schon mal ein richtiges Metro-Dings nochmal machen, das jetzt, na, war jetzt ein bisschen zu essen, ich muss das jetzt hier nicht unbedingt an, Mann, das wollte ich noch, ich hab mich die Ad-Folge rallert, ey, ich hab ihn gesehen, ich hab bloß da die, ah, geil, oh scheiße, ist da noch einer? also, der andere Typ, der hat gerade, der hat uns gerade alle weggekriegt, das ist ja nicht schlecht, so, und jetzt wechsel ich mal auf die andere Seite, dein Typ ist nämlich nicht schlecht, der ist ja 100, so, wenn ihr das halt so wollt, tue ich auch mal ein Team wechseln, kein Problem, ich hab ihn, so, du bist ja gar nicht im Squad drin, wie geh ich denn in dieses Scheiß-Squad? na, endlich, klasse es, na, der Typ ist nicht schlecht, das gefällt mir jetzt auch, ja, die wollten's ja so, na, das ist unser Typ leider, da hab ich eigentlich OFO-E drinne, nicht, vorhin hattest es, könnte, dann hab ich es jetzt auch noch, ah, shit, ich idiot, hab mich aufgepasst, dann geh ich mal in Deckung, oh, jetzt werden's noch mehr, ha, geil, jetzt haben sie zwar sowas von die Arschkarte, ja, jetzt werden sie mal zeigen, was sie können, wie gesagt, nochmal als Hinweis, wir haben jetzt bestimmt lange Zeit nicht gespielt, hier ist deine Anmacht, pick it up, natürlich jetzt so viel Glück dabei, aber ich mach ja nicht, jetzt kriegst du die ganzen Tasten hier nicht mehr, von hinten wurde er gemetzelt, glaub ich, boah, geil, ich glaub, wir müssen ja einfach bis Vorwände, wo ist denn die, diese blöde Station, und ich hab grad den Ad fast gehabt, ey, das scheiß Messer ging mir dann hier, zum Götzen, ist das ein geiles Gemetzel, ey, komm drauf, ach echt, die hocken, die stehen alle voreinander, ist das geil, ja, jetzt sollen sie mal hier reinkommen, alles voller Trämen aus hier, verdammt, danke, oh man, los, schieß ihn ab, was machen die da drin, dieses scheiß F, ich muss aber für die mittlere Maus ist gelegt, oder so, komm, schnell beim Backbraun, der macht das, ja, da stand von außen schön drin, okay, ist das geil, das macht Spaß, hab ich gar nicht gedacht, oh, was, hat dir das aufgehört, hahaha, oh, wie hören die nicht auf, weiß ich nicht, aber das finde ich scheiße, ey, vielleicht wird dann Disconnect gehabt, öh, ich auch, hä, du bist noch drin, the pussies left, hahaha, wir haben seitdem, also, ich würde sagen, es war ein gelungener Auftakt, ja wir haben die spieler bis zum diskonnect getrieben und schuld ist wohl nicht wenn man das klammer nennen sondern nur weil sie jetzt schlechter sind auf einmal er hätte in die wechseln brauchen schön ausgediehen würden okay wir bedanken uns das nächste mal viel spaß noch und tschüss